Die VTR-Maßnahme richtet sich an Fachkräfte und Akademiker, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Gemeinsam entwickeln wir neue berufliche Perspektiven. Zunächst erstellen wir Ihr persönliches Kompetenzprofil und stärken Sie in einem individuellen Bewerbungscoaching. Von der Idee bis zur Umsetzung gestalten Sie im Team nun Ihr eigenes soziales Projekt, gemeinsam mit einem Kooperationspartner. Sie entdecken neue Stärken und wenden diese in einem betrieblichen Praktikum an. Nun starten Sie durch und erleben mit Freude Ihre neuen Aufgaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017